Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In meinem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ich die vollautomatische Zigarettenstopfmaschine Brutus 2.1 genannt, ausgepackt und aufgebaut habe. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was es da für Einstellmöglichkeiten gibt und was man noch so zu beachten hat. Das sind so meine Erfahrungen. Ich habe mir so einen Aufkleber gedruckt, wie man sieht, damit man die Knöpfe noch unterscheiden kann, weil die sind ja original nicht beschriftet. Ich habe Gott sei Dank einen Digitalplotter, also war das kein Problem, hier ein paar wasserfeste Aufkleber zu machen. So, fangen wir mal an. Wir haben ganz links den Knopf Auto, das ist dieser gelbe. Wenn ich dem mit tätige, beginnt die Maschine vollautomatisch mit ihrer Produktion. Und dann gibt es noch den dritten Knopf, das ist der F-Tube. Das ist die Hülsenzuführung. Wenn ich da also manuell jetzt mal einfach testen möchte, drücke ich drauf, dann wird eine Hülse hinten zugeführt, wie man unschwer erkennen kann. Jetzt drücke ich auf Tobacco und dann wird die Zigarette gestopft. Und wie man sehen kann, richtig schön bis zum Ende, absolut tadellos. So muss es sein. Das lässt sich, wie gesagt, alles haargenau einstellen. Dann gibt es noch den Kompaktknopf, so habe ich ihn genannt, weil der hinten, wie man sieht, der rüttelt hinten an der Platte. Wenn ich da einmal drauf drücke, rüttelt er dreimal. Jetzt rüttelt er nur noch einmal und beim nächsten Klick rüttelt er zweimal. Das ist meine feste Einstellung, wie ich es haben möchte. Und er speichert auch diese Einstellung. Ich brauche da nichts mehr dran machen. Ich habe jetzt so weit gedrückt, dass er dann zweimal rüttelt und er bleibt auch bei zweimal. Das ist absolut perfekt. Und das bestimmt dann, wie weit der Tabak eben komprimiert wird. Dann gibt es noch diese Clean-Taste. Wenn ich die betätige, wird die Tabakzuführung rausgefahren. Das ist dieses lange Teil. Und er rüttelt auch ein-, zweimal, fährt rein und raus. Und ja, ich kann da mit einem Pinsel schön alles sauber machen und eben von Resten, also von Tabakresten befreien. Hier haben wir ein Plus- und ein Minuszeichen. Das heißt, wenn ich den Knopf nach links drehe, wird weniger Tabak zugeführt. Wenn ich den nach rechts drehe, also zum Plus hin, wird mehr Tabak hinzugeführt. Also die Klappe kommt mir dann hinten entgegen. Das heißt, das Volumen verändert sich. Und somit habe ich die Möglichkeit, den Inhalt der Zigarette zu bestimmen. Wie viel Tabak da eben reingequetscht wird. Oben rechts im Bild kann man das ja auch sehr schön erkennen. Wenn die Klappe nach hinten gedrückt wird, fällt weniger Tabak unten rein. Es wird weniger komprimiert. Wenn die Klappe nach vorne geht, also hier im Bild links gesehen, dann ist eben mehr Tabak, der nach unten fällt. Und ja, die Zigarette wird dann auch mehr gestopft. Wird also dementsprechend auch fester. Hier haben wir dann noch das Display. Das zeigt uns einmal die Gesamtlaufzeit an. Also diese Maschine hat jetzt 815 Zigaretten gestopft. Und dann steht da drunter noch, wie viel sie vom Start aus gestopft hat. Das resettet sich nach jedem Neustart. Wenn ich also die Maschine ausschalte und wieder einschalte, fängt sie wieder bei 0 an. Und ich kann sehen, wie viel ich in diesem Arbeitsgang schon gestopft habe. In meinem Fall sind es jetzt 45 Zigaretten. Eine ganz praktische Funktion. So muss man wenigstens nicht mitzählen. Dann kommen wir als nächstes mal zu der Feder, die ich vorhin erwähnt habe. Es wird ja einmal die stabile, also die feste Feder und einmal die etwas weichere Feder mitgeliefert. Diese haben zwei verschiedene Funktionen. Also die weiche Feder habe ich jetzt gerade verbaut. Und vorher hatte ich die harte Feder drin. Das Ergebnis mit der harten Feder sah dann so aus. Da sieht man, es ist nicht alles gefüllt bis zum Rand. Es fehlt etwas. Und das ist noch eine von den besseren Zigaretten. Also manchmal fehlte wirklich so zwei Millimeter. Und dann habe ich die weiche Feder verbaut. Habe die harte also rausgenommen. Und habe die weichere Feder eingesetzt. Dann sah das so aus. Hier sieht man jetzt einen deutlichen Überstand. Also eindeutig zu viel Tabak. Okay, dann habe ich diesen Haken hinten etwas nach vorne gesetzt. Also die hintere Schraube gelöst und die Spannkraft noch mal etwas verringert. Und dann die Schraube hinten wieder angezogen. Und dann sah das Ergebnis so aus wie hier im Bild. Genau bis zum Rand gefüllt. Absolut perfekt. So muss es sein. Und wie man sieht, kann man das wunderbar einstellen. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist. Ich habe den Hersteller gefragt. Und der sagte, ja, man hat der Feder und der Einstellung hinten kannst du das ganz genau einstellen, wie die Füllung sein soll. Aber normalerweise ist das ja nur für das Festhalten der Hülse gedacht. Da ist ja dieser kleine Haken da unten mit dem Gummi. Der presst die Hülse ja dann an und hält sie fest. Wenn das zu stark ist, reißt die Hülse ab am Auswurf. Und ist sie zu weit, fällt sie so schon runter. Ja, aber irgendwie funktioniert es trotzdem, so wie der Hersteller gesagt hat. Und warum es so funktioniert, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Und das reicht mir. Kommen wir als nächstes mal zu dem Kompressor. Ich habe einen Kompressor gesucht, den ich bei mir im Büro irgendwo unterbringen kann. Der nicht zu laut ist und trotzdem noch ein bisschen schick aussieht. Ja, und da bin ich auf diesen Einhell-Kompressor gekommen, diesen TE-AC24 Silent. Der hat einen 24 Liter Tank, leistet 8 Bar Druck und hat 135 Liter in der Minute als Ansaugleistung. Das Ding ist wirklich leise. Und das Tolle ist, wenn die Maschine arbeitet, die Maschine stellt man ja auf 6 Bar Betriebsdruck ein, dann springt er ab und zu mal an im automatischen Modus und man hört ihn also ganz eben surren. Und er läuft nicht durch, wie bei vielen anderen Kompressoren, die ich auf YouTube gesehen habe, wo die dann halt die Dinger angeschlossen haben an der Brutus und die laufen dann in eins durch. Das macht diese ja nicht. Ich verlinke ihn euch mal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr den kaufen möchtet. Dann dürft ihr meinen Link benutzen. Ja, soviel zum Kompressor. Weiter geht's. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich die Maschine in Betrieb nehme. Ich fülle dazu einfach oben in diesem Blech etwas Tabak ein, so dass dieser Schacht eben schön voll ist. Ja, nochmals ein, zwei Hände rein, schön alles daneben krübeln, sauber. Freut sich der Staubsauger. Ja, so dass das eben schön voll ist. Zu dem Motor sei noch erwähnt, ich hatte euch ja gesagt, ich habe den andersrum angeschlossen. Der Tabak wird ja, wenn er unten dieser Sensor eben meldet, dass kein Tabak mehr in dem Schacht vorhanden ist, dann dreht sich der Motor und befördert ja von oben den Tabak wieder in diesen Schacht nach unten. Der dreht sich normalerweise nicht so rum, sondern andersrum, nämlich so rum. So, und dann blieb immer etwas Tabak hier liegen. In diesem Bereich blieb Tabak liegen. Deswegen habe ich einfach Minus auf Plus und Plus auf Minus gesetzt. Jetzt funktioniert das einwandfrei. Ja, ihr könnt es ja auch so machen, wenn ihr da Probleme mit habt. Dann zeige ich euch jetzt, wie ich das mit den Hülsen mache. Ich habe ja die Maschine für Extra-Hülsen. Die gibt es natürlich auch für die normalen King-Sides-Hülsen, aber mir schmecken diese hier am besten. Ich öffne also den Karton und reiße den Deckel ab. Der hat auch schon so eine Perforierung. Da geht das eigentlich ziemlich gut, bis auf eine Stelle, aber das kriegt man gut hin. Und die Laschen, die reiße ich auch ab. Auch die sind perforiert, was ganz praktisch ist. So sollte das dann aussehen. Und jetzt kann man auch schon unser Pizzablech nehmen, was ja mitgeliefert wird. Das legt man dann da drauf. Einmal vorsichtig umdrehen. Richtige Seite der Filter beachten. Ja, jetzt klemmt natürlich hier eine Seite von der Packung. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt gewesen. Ihr müsst aufpassen, dass die Dinger wirklich noch gerade reinkommen und dass sie auch nicht zerdrückt werden. So, drin ist sie. Pizzablech rausziehen. Und jetzt kann man den Karton vorsichtig entfernen. Ein bisschen schütteln dabei. Und schon liegen alle Filter ganz akkurat in der Vorratsbox, hätte ich fast gesagt. Also in dem Nachfüllsystem. Ja, das funktioniert wirklich super so. So, dann wollen wir jetzt mal starten, die Maschine. Als erstes mache ich ein paar Testläufe. Ich drücke einmal auf den dritten Knopf, dann führt er eine Hülse zu und lasse einmal stopfen. Schaue mir das Ergebnis an, drücke die Zigarette etwas, gucke, ob sie auch komplett gestopft ist und ob sie auch bis zum Ende gestopft ist. Wichtig ist dabei die Härte. Wenn die zu hart ist, kann man kaum dran ziehen, dann kommt nichts. Und wenn sie zu weich ist, brennt die super schnell ab. Das kann man ja mit dem Rädchen wunderbar einstellen. Je nachdem, wie ich es dann verstelle, wird die Zigarette härter oder weicher. Ja, und wenn mir das dann soweit gut gefällt, ich stelle hier nochmal ein bisschen nach, ein kleines bisschen weicher, nicht zu viel. Das ist wirklich sehr feinfühlig. Und dann mache ich nochmal einen Test, schaue mir nochmal das Ergebnis an, auch bis zum Rand gefüllt. Härte, ja, das gefällt mir so sehr gut, absolut top. Ja, und wenn die Einstellung dann perfekt ist, dann kann man mit dem automatischen Modus die Maschine einfach laufen lassen. Jetzt ist der Kompressor gerade angesprungen. Ist der nicht super leise? Herrlich! Kompressor gerade angesprungen. Kompressor gerade angesprungen. Schatt 목 chúng. Entdeckee. Kompressor gerade. Kompressor gerade. Kompressor gerade. Kann ich, glaube ich, triumphal structured. курsen, einfach eine größere Chance so wie ich anhand meiner zeitleiste sehen kann waren das jetzt eine minute 20 sekunden für 60 zigaretten eine hat erwischt wie man sieht nicht gefüllt ja kann passieren wenn die hülse nicht ganz rein rutscht deswegen immer auf beschädigung achten wenn ihr die aus der verpackung nimmt hat die irgendwie ein knick vorne oder was wird die zerdrückt und dann wird es leider nicht so macht ja nichts so eine hülse kostet ja cent bereich und man könnte sie jetzt wieder benutzen aber ich schmeiße lieber weg weil bevor die dann wieder falsch drauf geht den tabak kann man ja wieder oben rein füllen das ist überhaupt kein problem aber bei 60 zigaretten also bei drei schachteln ein ausschuss was nicht wirklich ein ausschuss ist weil kostet ja fast nichts aber der rest ist wirklich optimal gestopft man sieht es hier wunderbar ich halte gleich noch meiner kamera was da drin stück faden vom pinsel absolut bis zum rand gefüllt perfekte festigkeit und also ich sag mal ist wie eine industrielle zigarette für mich da sehe ich jetzt absolut keinen unterschied und der tabak ist nicht vorgetrocknet nix sondern komplett so wie er kommt aus der dose absolut super also ich bin begeistert von der maschine und wie gesagt ihr könnt aktuell noch für 1250 euro über meinen code bekommen schaut einfach in der video beschreibung ich denke das ding wird euch wirklich sehr sehr viel freude bereiten und mir macht das ding einfach spaß ich hoffe ich konnte euch mit meinem video einen mehrwert bieten und ihr hattet auch etwas spaß beim zuschauen sollte ich irgendwas vergessen haben zu erklären so schreibt es doch einfach unten in die kommentare ich versuche diese dann zeitnah zu beantworten ich sage wieder einmal dankeschön fürs zuschauen daumen nach oben oder nach unten nicht vergessen ist mir wurst bis zum nächsten mal euer andy